Hallo, wie sind Sie da auf dem Account, nur weil Sie jetzt mal alleine sind? Ja, meine Freundin hat mir gerade geschrieben, ich bin ein bisschen traurig, weil meine Freundin nicht nochmal hier schlafen kann. Nur, ich habe Menderes mal geschrieben. Es wird auch, glaube ich, jetzt das letzte Video mal sein, was ich machen werde über Menderes. Weil wir werden auch mal reale Fotos machen, nur heute ist nicht so ein gut gelungener Tag. Ihr könnt mich auf Facebook adden. Ich heiße Selina Blume, ich habe ein Bild von Beatrice. Ich bin so ein Fan von Beatrice. Ja, ich wünsche euch allen morgen einen Rosenmontag, einen tollen. Und ich hoffe, ihr habt heute so viele leckere Süßigkeiten gefangen, weil ich Skype jetzt auch noch ein bisschen mit meiner Freundin. Ja, tschaui!